Ich glaube wir sind ganz unten irgendwie und die Möp, da haben wir nämlich noch gar nichts drauf. Wir sind nur hochgelaufen. Man muss sich vielleicht mal einen Moment Zeit nehmen für die Feinde, für die Großen und Kleinen, die heute Abend jetzt nicht mehr nach Hause gehen werden, für ihren Familien, ihren Frauen und Kindern. Ja. Meine Geschütze schießen aber schon ganz schön weit, ey. Jetzt hast du den Moment der großen Gefühle völlig durchbrochen, Jeff. Was war denn? Ich hab's gefunden. Ich hab mir gar nicht zugehört. Hast du das gehört, Sali? Ja. Ich hab gehört, dass die kleinen und großen Gegner nicht mehr nach Hause gehen. Ja, da war noch mehr. Ach so. Die hocken bei dir unter der Couch. Ja, die Monster unterm Bett. Ja. 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 Da ist die Qualität vom Chat aber gerade irgendwie mies runtergegangen. Hallo. Das ist geil. Oh. Das ist ja eng. Weich. Das wisst ihr nicht. Also müsst ihr euch selbst fragen. Wie viel würdet ihr riskieren, um diese elende Welt zu retten? Ich schwitz ja schon ey. Alles. Alles. Allel. Alles. So. Alles. Seil es. Und um Neu zu bezogen. Alles. Alles. Oh. 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 Das ist unser Portal, da sind wir ja direkt da oben schon. Das stimmt nicht. Sonst müssen wir aber von ganz unten laufen. Ja, da blinkt's, wo wir von waren, da müssen wir jetzt hin. Junge! Just keep running, 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 running. Ich zieh hier noch die Lea hinter mir her. Wir mal nehmen sie mit. Die Tür ist einem komplexen Steinmechanismus verliegen. Junge! Wow, Hebel, der öffnet den Eingang. Welter Wasserstraße. Keine Hacker. Keine Zeit, wenn du dich gehst. Ich glaub ich hab mir erst die Idee abgedeckt. Ja, lange. Ja. So, das ist was. Oh, hier ist was zum kaputt machen. Komm hier, ey, was? Also, ja. Hä? Also, los geht's. Tschüss, Hagan. Hä, was ist denn das? Was ist denn das? Warum sind die Gegner da hinten? Äh, da gehen wir doch eh gleich noch hin. Jaaa, meine Familie, die greift wieder ein. Hä? Wir machen sie alle fertig! Was? Wo? Was ist weg? Was ist weg? Was ist weg? Oh, helf! Wir machen sie alle fertig. Die Monster is killing mit mir! Ich verstehe das Monster mit dir? Ja! Oh geil. Jetzt hast du den irgendwie von alleine oder so. Ja. Ja klar, Logo. Ich hab den gezähmt. Nö. Spielen wir jetzt WoW oder was? Gleich schon 6-20. WoW habe ich nur noch gespielt. Ich auch nicht. Junge, doch. Doch ich. Ich hab's gespielt bis Mist of Pandaria. Dann hab ich's aufgegeben. Und der Waldfahrkraft. Hast du sogar Wester verbracht. Ja, manchmal schon. Stinkenvoll. Und so. Wo kommen... Habe ich nicht mehr diese Werbsterne, doch. Ach da. Werbsterne? Ja, ja. Die Sterne, die ich da immer werfe. Hm. Ich hab zuerst gedacht, ich hätte die nicht mehr... Wo drauf schießt denn mein Geschütz, bitte? Ah, hier hinten sind noch Gegner. Aha. Nö, ne. Nö, ne. Wir haben hier gezeigt, wo die Gegner waren. Ist da nix mehr? Ne, da ist nichts. Ich glaub wir sind... Äh, wir müssen hier hinten rechts hoch. Nein. Doch. Nein. Und die andere Richtung? Nein. 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 Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Und das, ja, wir machen hier bestimmt noch ja, nein, 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 nein. Oh, was? Bei welchem Keuchhusten heute leute? Arbittest du? Ich weiß nicht auf was? Keuchhusten heute leute. Hahahaha. Was hat denn die Sprache fast geändert? Wieso, auf Englisch oder was? Ich weiß nicht. Verschaun. Hast du schon mal so'n Kinderfilm, weißt du, auf Polnisch geguckt oder auf Türkisch? das ist nur zufällig. Ich hab mal so einen Ausschritt gesehen, dass alles von bleiblich weiter synchronisiert wird. Das ist witzig. Warum sterben die der dich? Die wollen nicht sterben. Er hat überlebt! Der edle Recker. Diese Zitterahle, ey. Ja, die zittern auch so wach. Ja, wir sind nicht schrecklich, ey. Kupfer? Kupferzahnstecher? Hier ist der goldene Pfeil zu sehen, hier bei mir, ja? Was ist bei dir? Der goldene Pfeil zu sehen, wo wir landen müssen. Oh, ich bin komplett woanders. Was? Ich rette uns hier mal wieder. Ich zieh uns hier mal wieder durchs Level. Ja, du willst doch einen Speedrun machen. War das abgesprochen, oder? Einer macht einen Speedrun und die anderen machen... Und die anderen machen Larifari. Oh, hier ist noch eine Truhe, ihr Idioten. Oh, hier ist noch eine Truhe, ihr Idioten. Wo denn? Da war doch hier links. Ja, hat doch eh bloß ein blödes Amulett, du Idiot. Ja, haha, haha, haha. Ja, haha, haha. Ha? Und, der, 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 Dominik läuft einfach weiter. Ich brauch keine Truhen mehr, wirklich nicht. Dominik! Was denn, ich weiß hier auf euch. Hast du den Hebel schon gedrückt? Ich hab den Hebel schon gedrückt, der hat sich ganz gut angefühlt. Boah, mal langsam, Mensch. Es war so ein ganz massiver Hebel. Ja, und der war richtig gut. So ein richtig harter, ja. Ja, ganz lang. Haha, 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 haha. So kriegt man euch also. und fleischig. So zieht man die Aufmerksamkeit seiner Mitspieler wieder auf sich. Und fleischig? Nur so ein paar Anleusungen. Ey Connor, ich wage dich. Wenn du jetzt auch noch anfängst, ich schwöre, du fliegst hier raus so hochkantig. Kann man sich gar nicht vorstellen. Katze, oh weh, du drückst jetzt irgendwo da drauf. Das ist mein Laptop, Junge. Ich bin mit. Ey, Motherfucker, get the fuck down, nigga, damn! Ja, alles gut fürs Video, komm. Lass alles raus, Jack. Dir wird auch dir geholfen. Auf jeden Fall. Mann, das war jetzt mal viele hier. Ja. Jeder hat doch mit dem Tier schon mal geschimpft. Ja, aber, naja. Ich schimp auch immer mit meiner Katze, wenn die sich auf meinen Xbox legt. Ja, aber der trampelt immer auf meine Tastatur rum. Ja, das macht meine auch. Kürzel drückt, dann ist die Aufnahme beendet. Jo. So, geschützt. Auf geht's. Noch nicht bereit. Oh, war das jetzt Spiel-Sound. Oh, falsche Richtung. Ich habe gerade meine Fertigkeiten überarbeitet. Und mich jetzt sehr viel stärker. Jedes Mal, wenn ein von den Gegnern kommt, werde ich immer so zurückgeschlagen. Guck schon wieder. Meine Fresse. Oh, voll krasse Sache, Junge. Folge einfach dem... Folge einfach dem Blitzen und Gemecker oder Neule. Ich will den Bolzen des Geschützturms folgen. Ich will die Geschützturms... Achso, guck mal, wer hier vorne läuft. Ich denke gerade, wer läuft. Da, ey, stopp! Polizei! Halten Sie an! Sie haben diebesgut! Ja, der hält nicht an. Dankeschön. Jetzt haben wir ihn. Oh, was hat er? Wow. Ich hatte nur nicht mal irgendwas zum Anziehen dabei. Äh, ich auch nicht. Ich hatte nur... Ähm. Obwohl doch. Ein Gürtel, aber der war, glaube ich, aus einer Truhe. Kann das sein? Das kann sein, ja. Wir hatten ja eben die eine Truhe da noch gehabt. Und wieder den ganzen Weg zurück. Also wer sich den Erfolg ausgedacht hat, töte 100 Schatzgoblins, oder 500, was es da waren. Der muss echt Langeweile gehabt haben. 500? Ich weiß nicht, wie viele. Ich glaube 500 uns. Krass. Da hätte ich ja keine Lust drauf. Mhm. Ich habe erst drei, oder was? Wart erst? Ja, das sind Schatzgoblins, weißt du? Das sind ja verschiedene. Das sind ja nicht immer dieselben. Achso. Das vorhin war ein Schatz... Irgendwas mit P. Keine Ahnung. Okay. Ein Schatzpionier. Ja, genau. Pyramide, keine Ahnung. Pyramide! Deine Schatzpiramide! Die laufen rum im Sack um den Rückenloh. Da ist die Familie wieder. Hast du schon mal eine wandernde Pyramide gesehen? Nee, dann spiel die Ahnung. Ey, sag mal, wir sind doch jetzt schon dran. Okay. Ich habe gedacht, wir sind jetzt schon hier den Weg gelaufen. Wir rennen hier irgendwie für dich. Wie viel hast du denn hinter dir her laufen, Alter? Das ist die ganze Familie. Die wollten alle mitmachen. Die ganze bucklige Verweinschaft. Ja, so ist das. In dem richtigen Leben. Mutter Vater und Geschwister. Ich denke, die rücken nur Weihnachten wie auf der Play. Demnächst auch mit der Brüstengruppe durch Diablo 3. Schließen sie sich uns an. Das ist eine Sight-Szene-Tour. Die müssen dann von allen Fotos machen, ne? So wie die Asiaten. Mutti, denk dran, heute Abend wieder Diablo, ne? Ja. Na ja, mal gucken, ob ich bin. Ich bin immer noch mit dem Gegner. Da sitzt der Entzocke. Oh, ich stehe vor dem Weischen. Aber einmal wieder ganz weit da hinten. Das ist kein Problem hier. Oh, oh, oh. So, da ist es doch. Sicher? Da ist der Hebel. Wer möchte den Hebel berühren? Wer möchte den... Ich wollte... Oh, mein. Du darfst zuerst durch die Tür. Ja, dann geh du zuerst durch die Tür. Ja. Geil. Ey, der ist ja wieder der alte. Sultankoi. Bist du ihn anquatschen oder so? Ne, der kann es weitergehen. Tötet. What the fuck? Tötet die Bedrohung. Aber warum seid ihr denn jetzt so weit da vorne? Wir sind gerannt. Hey, ihr wart gerade in der Katz-Szene mit drin. Echt? Ihr habt mein Bildschirm, haben deine Eltern oder deine Familie da... ...einfach nur rumgeschlagen. Sehr schön. In der... In der... In der... In der... In der Kiste war. Ein... Was? In der... 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 Und was hab ich denn jetzt? Weiß schon wieder so ein Ding hier. Was bringt mir das denn? Erhöhlt eure Bewegungsstufe, die haben wir jetzt zu lange um 20%. Das war ich jetzt. Sehr schön, Glückwunsch zu neuen Stufe. Oh, ein Todgewalt. Hauen wir mal. Was ist das hier? Stachelfalle. Ne, die Falle hat ja nie funktioniert, deswegen hol man die auch nicht. Bei meinem Geschütz. Ja, weh. Splitterpfeil. Okay. Boah, krank. So. Mit O. Oh, mit O. Mann, das sind echt viel zu viele. We are coming, for help. Help me, please, help me, help me. Noch nichts mehr. Luke? Ah, schenk fest. Nicht genug Kraft. da. Anja, ja, iodo. Gap, ich hab Kevin verstanden. Gap? Haben wir schon, arme Junge mein. Nur nicht gewusst, dass das Schmelzegegel ... Mann, wer hätte das jetzt weggeklickt. Ist nicht. Uralterfahrt, begebt euch zum uralten... Hä? Begebt euch zum uralten Rad. Erbeutet Zeutung Kohlblut aus der Höhle... Oh ne, jetzt müssen wir die Höhle... Müssen aber jetzt erstmal Wegpunkt und dann spawnen mal wieder hier, weil ich ja genau hier einfach wieder zurückspawne im gleichen Ding, verkaufe nur mal Zeug und dann ist auch die Folge schon rum. Schon wieder? Das ist schon wieder, ja. Schon wieder. Es gibt ja gar nicht. Verwerten. Ich will nicht verwerten, ich hab so viel... Zeug. So. Also reparieren wäre man nicht schlecht, ja. Jo, das wir hier auch machen müssen. Aber warum wir mal hier so ne neue Waffe mal einfach so... das mal was neu ist, aber diese Folge eigentlich nur... gar nix bekommen. Ich will nicht, ne? So, zack. Wenn wir nochmal zurück, hier Handler. Verköfen. 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 Gehele. Der wird jetzt immer in Erinnerung bleiben. Der wird mich in 5 Jahren noch verfolgen. Mal gucken, wann's du bei Destiny für Sache reißt. Oh Gott, ey wohin. Wir sind sehr gestanden. ja das müssen wir dann auf jeden Fall auch reizen oh guck mal ich kann mir ich kann mir den Sperre schon am Anfang benutzen Andy doch ich meine man kann ja man kann ja und lassen die so mal wie gesagt da werde ich halt nur eine Person sehr wahrscheinlich dann haben aber dass wir einfach so ab und zu mal was zusammen dann aufnehmen da kriegen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was hin das stimmt aber ich denke mal dass du bestimmt auch dann tust du dann auch Let's Playen ich denke schon ja weil dann haben wir dann unsere separaten Displays aber dann irgendwann immer ab und zu was zusammen machen ja das kann man dann trotzdem mit dem Raid oder so mal zusammen machen ja so dann war's so hopp aus glaube ich glaube ja oh das sieht gut aus ja da sind wir mit der Folge auch schon wieder am Ende war leider schnell und der Sunny geht einmal hier teleportieren da wollte noch einer rauchen gehen schnell ins andere Teil des Landes schnell weg ja und ich bedanke mich wieder da da wieder dabei wart ist immer eine lustige Runde wir müssen gucken vielleicht kriegen wir noch ein bisschen ich wurde gezwungen muss ich dazu sagen du wurdest gezwungen ich wurde gezwungen ja du hast mir eine Nachricht geschickt Aufnahme um 8 ja mal gezählt weil ja gestern weil ja gestern verschoben wurde ja ich wäre gerne dabei dieselbe Drogen-Mail habe ich auch gekriegt hast du auch bekommen das ist ja interessant nein ich hab dir ey Sunny ich hab dir eine Frage gestellt ich hab gesagt aha Sunny wird noch gefragt ich werde gezwungen Aufnahme 8 Fragezeichen oder ne 8 Uhr Fragezeichen ja ja also du hast keine richtige Drogen also bei mir war kein Fragezeichen zu sehen bei mir war glaube ich sogar stunden Ausrufezeichen aber egal wir waren gerne dabei also ich und ich ja ich auch freut mich immer wieder ja und dann würde ich sagen sehen wir uns dann im nächsten Part wieder bis dann tschaui